Wir sind eigentlich sehr zügig vorangekommen und in Osaka gab es eine echt lustige Geschichte und in Tatschikistan haben wir eine E-Mail gekriegt von einem Grazer, der in Osaka an der Uni lehrt. Und er hat gesagt, wenn wir dort sind, können wir zu ihm kommen, kein Problem. Dann haben wir ihm geschrieben, dass wir jetzt eben bald da sind und er hat gesagt, ja, er ist gerade in Deutschland bei einer Vorlesung, aber er wirft uns einen Schlüssel ins Postfach und sagt uns den Code und waren wir einfach drei, vier Nächte in seiner Wohnung. Er hat uns einen Wein hingestellt, hat uns so Briefe geschrieben und hat uns sogar an Kollegen von ihm vermittelt, das war ein Norweger, der uns dann an einem Tag die Stadt zeigt hat und das war super. Er hat eine eigene Wohnung und das uns deshalb vertraut hat. Der hat uns halt verfolgt bei der Reise über Instagram und hat uns einfach wohnen lassen. Ja, es war schon sehr klasse. Also fast kann man sich gar nicht vorstellen, dass der uns einfach in seine Wohnung reinlassen hat. Und eine witzige Geschichte ist uns dann auch noch passiert in Japan. Und zwar waren wir da eigentlich auf so einer Landstraße unterwegs, also auf einer Schnellstraße, wo man als Fahrradfahrer unterwegs sein darf. Und aber auf einmal war das eine Autobahn. Und wir haben das zwar gewusst, aber wir haben dann auf der Karte nachgeschaut, dass nach circa neun Kilometer oder so wäre wieder die Schnellstraße gekommen. Und wir haben uns gedacht, ja passt, wir bleiben einfach auf der Autobahn und fahren die neun Kilometer, es wird schon nichts passieren. Und dann sind wir halt entlang gefahren und auf einmal ist halt zu mir ein Polizeiauto gekommen und zu dir auch, weil der Fahrrad war ein bisschen weiter hinter mir. Ja, es war so, du warst vor mir, weil ich ja noch mal Musik umgestellt habe und dann höre ich so einen Lautsprecher, gell? Und ich habe mir gedacht, die haben uns jetzt halt über Kameras gesehen und irgendwo hängen Lautsprecher und die sagen halt an. Und dann habe ich halt die Kopfhörer abgesetzt und dann war ein Polizeiauto hinter mir und die haben mich halt auf die Seite gebracht. Und dann sind wir bei der Auffahrt, sind wir runtergefahren und ich habe den Polizisten halt gesagt, weil die haben ja gesehen, dass wir zwei waren, dass du weiter vorne bist, dann ist das Polizeiauto weitergefahren, dann kam noch Unterstützung und du bist dann bei der nächsten Ausfahrt runtergefahren und ich bin eskultiert vom Polizeiwagen zu dir gefahren. Dort haben sie dann unsere Pässe und so kontrolliert und wir haben gedacht, jetzt kriegen wir eine Strafe und das jetzt halt nicht so cool ist. Aber sie haben einfach nur gesagt, wir sollen aufpassen, wo wir fahren und haben uns einfach fahren lassen. Das war super nett. Sie haben uns dann sogar noch gefragt, ob wir noch nach Hiroshima fahren und wo wir hinfahren. Genau und was wir für japanische Spezialitäten probieren müssen, haben uns Fotos gezeigt vom Essen. Und das war ein guter Punkt mit Hiroshima, weil wir waren in Hiroshima einen Tag und das war ein sehr, sehr flaues Gefühl irgendwie, zu wissen, man fährt durch eine Stadt, die komplett zerbombt war und wo wirklich viel Leid passiert ist. Und dann waren wir da bei den Gedenkstätten von der, dort wo die, da ist so ein Park, so ein Gedenkpark, wo die Bombe eingeschlagen ist und das war sehr, sehr bedrückend auch irgendwie. Bedrückend irgendwie, ja. Zu wissen, was da damals passiert ist. Aber das AG-System, das alles aufbaut und man würde überhaupt nichts davon merken, wäre eben der Gedenkpark nicht da. Ja und von Hiroshima waren es dann eh nicht mehr so viele Kilometer nach Tokio eigentlich. Ich kann mich dann noch gut erinnern, als das erste Mal Tokio am Schild angeschrieben war. Da waren noch 199 Kilometer. Und dann merkt man halt irgendwie, dass sich alles dem Ende neigt. Und dann weiß man, gut, jetzt hat man noch zwei, drei Tage und man nimmt halt irgendwie Abschied dann vom Zelt und vom Zelt aufbauen und vom Frühstück machen. Und was wir aber, also wir sehen nicht, aber wir hatten noch einen großen Pass. Und zwar, das war beim Mount Fuji, das ist der höchste Berg Japans. Das war total cool, da haben wir eine Nacht direkt am Fuß gekämpft, am Fuß des Mount Fuchis. Und dann mussten wir noch einen Pass bezwingen. Und das war dann eigentlich das letzte große Hindernis, oder? Ja. Dann ist Tokio immer näher gekommen. Und genau, vielleicht sollte man noch sagen, in Japan haben wir auch schon in China teilweise angefangen, dass uns komplett egal war, wer uns sieht. Also in Japan gab es einen Zeltplatz, der war mitten neben der Straße, mitten in der Stadt. Und wir haben dort einfach unser Zelt aufgebaut. Da war so ein kleiner, kleiner grüner Fleck. In China haben wir einmal bei einer Frau im Garten geschlafen. Genau, wir haben zweimal in einem Garten geschlafen. Einmal sind wir vertrieben worden. Weil wir haben uns einfach so sicher gefühlt. Und das war irgendwie klar, in Japan passiert überhaupt nichts. Und deswegen haben wir echt ruhig geschlafen, mitten in der Stadt. Also wirklich mitten in der Stadt. Und dann auf einmal sieht man so zwischen den Hochhäusern den Tokio Tower aufblitzen. Und du weißt, jetzt hast du nur noch fünf Kilometer oder nur noch zwei Kilometer. Und dann siehst du ihn da, er ist dahinter. Und dann kommt man dahin. Und man kann überhaupt nicht fassen, dass man endlich da ist. Überhaupt nicht. Man hat sich zwar gefreut, aber man hat überhaupt nicht realisieren können, was gerade los ist. Weil wir haben dann beide oft das Gefühl gehabt, noch in Tokio, wir machen nur Pause und dann fahren wir weiter. Vor allem, dann sind wir dort angekommen. Und dann haben wir mal sicher zwei Stunden gebraucht, bis wir ein gutes Instagram-Foto hingebracht haben. Das war, wir haben dann echt eine gute Position gefunden. Also gesucht und gefunden. Und genau, wir haben uns schon ein paar Kilometer davor, bei der Mittagspause, haben wir uns ein Sekt gekauft. Und zwei so Plastikbecher oder Papierbecher sogar. Und dann haben wir die Flasche Sekt unterm Tokio Tower getrunken. Also was wir auf jeden Fall gemerkt haben, ist, dass wenn man einen Traum hat, dass man den auch wirklich verwirklichen kann. Das wurscht, wie absurd der Traum ist, dass man das wirklich kann, wenn man es wirklich will. Und wir haben oft genug gemerkt, dass man viel mehr schaffen kann, als man manchmal selber vielleicht glaubt. Also zum einen bin ich reifer worden mit den ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich habe halt erkannt, dass egal wo du bist auf der Welt, dass es immer irgendwelche Leute gibt, die dir helfen. Und das ist eine total schöne Erkenntnis, weil man weiß, man ist eigentlich nie allein. Was ich auch mitgenommen habe, ist, wirklich in dem Moment, oder was halt auf der Reise oft war, wenn ein Problem war, dass man das nicht rauszögern hat können, sondern dass man in dem Moment das Problem behandeln muss. Man sagen muss, okay, passt, was machen wir jetzt? Und da wachst man schon gemeinsam auch. Und was ich auch noch mitnehme von der Reise ist, dass es wirklich ein Privileg ist, dass wir in Europa leben dürfen. Und dass es ein Privileg ist, den österreichischen Reisepass zu haben. Weil das ist zwar oft so, dass das für einen das normal ist, aber eigentlich soll sich da jeder immer wieder hinsetzen und wieder ein Bewusstsein dafür kriegen, wie froh man sein kann, da leben zu dürfen. Weil in Tadjikistan hättest du gar nicht die Möglichkeiten, sowas zu machen. Ja, was ich auch noch mitnehme, ist, dass wirklich sehr viel Schönes auf der Welt passiert. Dass es eben überall Menschen gibt, die einem helfen. Dass überall Schönes passiert und man aber durch die Medien oft nur das Negative sieht und hört. Und dass man wirklich selber die Welt entdecken sollte und losziehen sollte. Und dass nicht immer alles so negativ ist, wie man das oft glaubt.